US-Schauspielerin Lori Loughlin, 54, wurde wegen eines Bestechungsskandals in den USA bereits verhaftet und angeklagt. Nun leiden auch ihre Töchter Isabella, 20, und Olivia, 19, unter den Folgen. Aus Angst vor Mobbing werden die beiden wohl nicht mehr an ihre Elite-Hochschule, University of Southern California, USC zurückkehren. In den USA sind derzeit zahlreiche Eltern, darunter auch Promis wie Lori Loughlin und Felicity Huffman, 56, desperate Housewives, in den Bestechungsskandal verwickelt. Sie sollen Schmiergeld gezahlt haben, um ihre Kinder an Elite-Unis unterzubringen. Wie das US-Portal TMZ weiterberichtet, sollen Lori Loughlin und ihr Ehemann, Mossimo Giannulli, 55, mit der Entscheidung ihrer Töchter einverstanden gewesen sein. Ihnen sei klar, dass die Schwestern an der Universität nach dem Skandal unter Mobbing leiden würden. Es käme vorerst auch keine andere Hochschule in Frage, heißt es. Olivia soll laut Fox News wütend auf ihre Eltern sein, weil diese sie, gezwungen, hätten, zu studieren. Viel lieber hätte sie sich auf ihre Karriere als YouTuberin konzentrieren wollen. Diese ist durch den Bestechungsskandal nun auch in Gefahr. Lori Loughlin und ihr Mann sollten ursprünglich am 29. März in Boston vor Gericht erscheinen. Offenbar gab es aber organisatorische Probleme. Laut des US-Senders Boston 10 wurde der Gerichtstermin jetzt auf Wunsch der Familie auf den 15. April verlegt. Spot on News Wie in der